Ich bin auch völlig freundlich, mach mal weiter. Ich freu mich. Das ist echt Gold. Die machen doch immer diese Werbung, schicken sie jetzt ein und jetzt. Und ich halte das Geld an die Welt. So, ich war in Amerika in San Francisco und da gehört es zur Tradition, dass man die Wolken geldfisch überquert. Und wie ich überquert habe, das möchten die nachdem ich vorteite. Bitte schön, ich werde so sagen. Der Groß ist noch gar nicht.